Gut, schauen wir mal weiter, was noch so kommt. Das könnte klappen. Einmal rübergefegt. Mit dem Laubbläser. Und zum nächsten Witzel. Ich kann den Boden hier drehen. Der schwingt schön mit, gefällt mir. Was ist da denn drauf? Eingeleiter. Danke. Was auch immer. Muschee ist hier im Weg. Ist ja, ich私. Nein. Ist ja nicht. Ist ja nicht, dass ich hier. Hm. Ein Plomb. Wenn ich dich jetzt drehe, dann ist hier ein doofes Essen. Wenn ich hier lege, dann nome ich es zu meinemジrchen. Ich werde das ganze Leben machen. Ich bin jetzt nicht so wichtig. Ich werde das ganze Leben geben. Ich werde das ganze Leben geben. Ich werde das ganze Leben geben. Bis zum nächsten Mal. Los gehts. Ich werde das ganze Leben geben. Also wenn du das Ganze benutzt, glaube ich. Einige die Musik Mudseys hat! Die Musik, die Musik sind vor allem. Es passiert nicht so, machen wir. Es ist eine Methode. So ist auch doof. Doof hängst du ihn jetzt auch nicht. Weil er komplett vorbei rauscht. Jetzt habe ich das Gefühl, dass so schon mal der Anfang richtig ist. Zwingt sich jetzt, wie dein Ziel ist. Selbst den Augen sehen muss, dass ich es dir warte. Jetzt fangen wir mal an. Die komplette Zeit haben sich zu Ende. Also was sie. Hubert rein. Hm. Ach, verdammt. Geht Richtung. Geht Richtung. Jetzt muss ich nur noch schwingen können, dass der Tür öffnet. Geht Richtung. Geht Richtung. Ah. Geht Richtung. Jetzt muss ich da nur noch hin kommen. Was hält wird hier? Ah, ich spreche mit Englisch, natürlich. Ich kann ja mein Gesicht losen, aber muss ich trotzdem weitermachen, oder nicht? Ja, ich spreche mit Englisch. Ich spreche mit Englisch. Nächste Tür. Eine Drohne, die mich kaputt macht. Oder die einfach nur rummeiert. Ich muss jetzt hier irgendwas rumsteuern, damit das am Ende hier auf kann. Ich muss mir die Tür aufmachen. Okay. Ich schimpel. Ich komme. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ah Ah Oh Da ist er raus Jetzt gehe ich wieder zurück ok da muss ich ein bisschen schneller sein da kommt das ding jetzt habe ich dich schon wieder auf die herrspur gestiegen es auch es 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 Das war's für heute. Ich würde hier gerne wieder droppen, aber keine Ahnung wie. Ein kleines Spiel zwischendurch. Wahrscheinlich kommt jetzt nochmal so eine Aktion. Ja. So will ich da hinten malen. Okay, ich komme auch wieder raus. Dann mache ich doch zuerst mal das. Ich kann mich nicht ökern. Okay. 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 ja dann lassen wir das ding da unten hängen gehen einfach weiter ich bin gespannt was jetzt am ende bereits groß kommt auch wenn ich 100 prozent diesem spiel schaffe noch eine kategorie ab 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 alles muss mir die drohne tut mir jetzt ich bleibe da drüben ja 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.